Meine Damen und Herren, begrüßen wir gemeinsam unseren ersten Keynote-Sprecher bei der diesjährigen Inverted Classroom-Konferenz. Er ist klein, aber im Bereich der Digitalisierung der Lehre einer der größten. Er ist nicht nur Vorreiter, sondern auch Erfinder. Auf ihn geht Deutschlands größte MOOC-Plattform zurück, vielen noch unter dem Namen Moin bekannt, jetzt schlicht unter oncampus.de erreichbar, der Plattform für Online-Inhalte schlechthin. Dort lebt er das Prinzip freie Bildung für alle, lernen wo und wann man will und kann und das jederzeit. Er hat die Projektleitung bei vielen Online-Projekten inne, er leitet den Bereich Systementwicklung und Administration an der Technischen Hochschule Lübeck. Er ist einer der Spezialisten für digitale Transformation, Innovation und Bildungstechnologien für die Hochschullehre. Und er holt sich seine Ideen aus der ganzen Welt. Silicon Valley und China sind nur zwei seiner Stationen der jüngsten Zeit. Dabei schaut er auch keine Kontroversen, wie wir spätestens seit seinem Blogartikel Warum E-Learning gescheitert ist, wissen. Er redet nicht nur über Digitalisierung, sondern erlebt sie. Und zwischendrin unterhält er seine Followers mit Reiseberichten und Sportaktivitäten. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie von der Technischen Hochschule Lübeck den Chief Digital Officer, der Schmiede der Online-Kurse, einen der größten Macher in Deutschland. Begrüßen Sie in Marburg Andreas Wittke alias Online by Nature und freuen Sie sich auf einen richtungsweisenden Vortrag.